Vielen Dank Matthias Zimmermann für die tolle Nominierung. Ich nominiere Patrick Herrmann, Manuel Bauer und André Wobelet. Vergesst bitte nicht, dass hinter der ganzen Sache auch ein ernster Hintergrund ist. Spendet bitte so viel Geld als möglich. Jeder Euro zählt. Deswegen baue ich mir jetzt diesen schönen Eimer über den Kopf. Viel Spaß!